hi na hier ist xwing mit einem kleinen minecraft video hier auf dem direwolf server ich habe jetzt wirklich länger glaubten nicht mehr aufgenommen so drei vier tage oder so so wieder ein bisschen was passiert goldnugget spender nachher ich bin ja voll dabei aus ihr seht schon ich habe was vor ich habe ja auch ein bisschen umgebaut hier oben ist eine glaskuppel drauf da hinten ist auch eine glaskuppel mit bienen drin noch verschiedene andere sachen da habe ich tränke gebraut weil ich die beiden brauchte für die magnum torch damit keine gegner mehr kommen die steht da und warum mein cube wieder klein ist keine ahnung vielleicht zu lange in der hölle gewesen man kann auch in der hölle bisschen was farmen und ich habe ja mal irgendwann vor hier mein lagersystem nicht gänzlich umzubauen aber zumindest teilweise auf einen anderen stand bringen hier habe ich ja zwei mittlerweile zwei türme bis zum bedrock heißt es sind rund 50 nicht mit 62 weil da sind noch ein paar barrels drin aber das kann eigentlich auch rechnen machen wir einfach 60 60 mal 4 mal 8 quasi ja sind viel sind 480 kisten oder so also da passt schon einiges sein aber es gibt es natürlich auch kompakter und das heißt me system da habe ich mir eine kleine datei in excel gemacht was man denn alles so braucht und warum jetzt verschoben ist finde ich jetzt auch nicht ganz so toll so jetzt sehe ich wieder die ganze liste hoffe ich zumindest ja doch das ist die ganze liste ja und da steht eben alles drin was ich brauche also hier 24 heatvans ähm 32 assembler die da und so weiter und so fort und dann habe ich der schalter schon mit excel gemacht und so mit formeln und dann kommt am ende raus dass ich 397 allen braucht das ist jetzt nicht hier direkt weil ich habe schon die allen bars daraus gebaut 13 diamanten 72 blanks äh 171 gold 171 zertus quads ist ganz komisch dass es genau gleich viel ist äh 22 zertus dust 120 neta quads und 22 neta quads dust den muss ich erst noch basteln kann man reinschmeißen 293 redstone 56 silikon die ich auch aus dem neta quads bekommen 999 glass und 33 close down und damit bekommt man dann eine relativ in ordnung ähm me system mit einer blank pattern 10 extra kabel zum verkabeln und einer 64k storage cluster ne ne aus dem neta quads bekommt man die jahr dazu ja dann fange ich einfach mal an und zwar indem ich mir seliken mach ähm jetzt muss ich überlegen das war glaube ich so ganz wichtig umschalten kommt da ein guter quads raus ja genau 6 Jetzt muss ich gucken, ich glaube das hier in Smeltery, genau, da bekomme ich Silikon raus. Heißt, sie braucht 56 und 16, ich habe ja schon 6 reingeschmissen, öffts, also so, einfach mal durchheizen hier, so, dass es schön aufgeteilt schneller geht, so, wie viel habe ich denn schon, ah, nicht viel, okay, das wäre es schon mal dazu gewesen, fast kann ich jetzt direkt schon bauen, äh, die Ironbus habe ich, ME-Kabel bräuchte ich noch, dazu brauche ich Fluix Dust und dazu brauche ich ja auch den Liter Quartz Dust und die Cerdus Dust da, okay, die kann ich also nicht bauen, hm, womit fange ich am blödsten an? Ich glaube, ich baue mal meine ganzen Basic Prozessor und Advanced Prozessoren erstmal, das heißt, ich brauche, äh, alle will ich da nicht haben, ein Stack aber auf jeden Fall, und dann sehen wir nochmal noch, 86, das heißt jetzt noch, 22, hey, sind, mach mal, wie viel Crafting? Teile brauche ich denn da. 1, 2, 3, 4. 4 Crafting Table, oder? Das stimmt glaube ich mit meiner Zeit nicht. Ach nee, 86, 6 und 26, genau. Okay, jetzt macht das Sinn. Ähm. Ich mach einfach alle. So, und das sind jetzt nochmal. Die 76 sind das, das sind 92, 100, 12 müssten es sein. Ja, perfekt. Tchuuu. So. Und so. Zack. Dazu dann noch Iron. Sechsten, fünf, zick. Und. Geht das so? Ja. Die stacken natürlich nicht. Alter, what the fuck. Alter, die stacken nicht. What the fuck. Ähm, ich glaub das war immer so. Wie viel waren das? 56, ne? Ja. Und dann mit 43 Gold und dem Silikon da, genau. So, hab ich hier schon Silikon, genau. So, hab ich hier schon Silikon, genau. Das reicht noch nicht mal, alter. Wie ewig das einfach dauert. Das wären dann 54 Silikon. 55, 56. Ah. Okay, das heißt, ich mach die ganzen Dinger wohl doch erst später. So. Ach. Cutting knife wird gar nicht verbraucht. Das heißt, ich brauch viel weniger. Das ist gut. Stacken die wenigstens? Yeah, die stacken. Schön. Okay. Das ist ja dann richtig einfach. So. Und ein zweites Cutting knife. Das heißt, ich brauch die ganzen Mazda nicht mehr. Dum dum dum. Ja, das ist richtig billig. Alter, ich dachte, da muss man jetzt voll viel investieren, aber man kriegt da richtig viel raus aus so nem Knife. Klar, das ist ein Werkzeug. Warum bin ich so blöd? Warum bin ich so blöd, so blöd, so unaussprechlich blöd? So. Oh, ich muss jetzt glaube ich durchbrennen, genau. So lange bekomme ich schon meine Advanced Prozessor und meine Basic Prozessor. So. Mach bitte beide. Danke. So. So. Yay. Hab ich euch alle. Cool. Ähm. Elf. Und da müssten es auch wieder elf sein. So. Denn hier nehm ich euch mal alles wieder raus, auch wenn ich euch gar nicht mehr blöde. brauche. Also ich habe jetzt zu viele Mazda dabei. Wurde es nicht schlimm. Na, wir kommen jetzt den Fluxus raus. Und den Fluxus. Geht er noch. Zwei Kabel weniger oder drei Kabel weniger. Wussten das nicht. Achso. Nein. Gar nicht wahr. Obacht. Ich brauche acht Flux, das habe ich mir nämlich extra aufgeschrieben, für andere Gerätschaften. Das heißt, was? Acht. Hier weg. 36. Boah. So. Dann passt das. Noch Glas außenrum. Und ich habe Kabel. 36 Stück. Ja. So. Damit wäre das Schlimmste schon mal geschafft. Nämlich. Die 24 Kiet-Fans. Äh. Das war so. Und die irgendwie außenrum anordnen. Und Eisen irgendwie außenrum anordnen. Ich glaube so. Genau. Und da kann ich mir 16 direkt holen. Und dann nochmal 8. So. 24 Kiet-Fans. Die tue ich. Wohin tue ich die? Da rein. Fertig. Dann brauche ich Gold. Und zwar den kompletten Rest hier. Und Eisen. Und einen Halbstack Zertus. Für 32 ME. Assembler-Kon-Pla. Die sind auch schon fertig. Hey, das geht ja Ratz-Fatz. Dann brauche ich einen Pattern-Provider. Dazu brauche ich einen Storage-Cell. Die ist einfach, da baue ich nachher noch ein paar. Boah, Gott sei Dank habe ich die ganzen Knives da nicht gebaut. Gott sei Dank. Und dann war das Prozessor, habe ich ja schon. Und eine, nee sogar zwei Conversion-Matrix. Ich, ich gebe es einfach mal einfach mal. Pattern-Provider. Da, da ist es. Hier. Da ist der. Eine Crafting-Table, ein bisschen Eisen, eine Storage-Cell, Advanced-Prozessor und zwei Conversion-Matrix. Und dafür brauche ich das hier alles. Und das soll ich eigentlich auch alles da haben, glaube ich. Gucken wir doch einfach mal so. Nein. Achso. Was? Doch. Das habe ich alles. Ach, nee. Die dann. So muss ich es bauen. Kann ich vier Stück bauen? Brauche ich auch vier Stück. So, und jetzt bauen wir mal Pattern-Provider. Hallo? Pattern-Provider. Ach, nee. Storage-Cell. Kann ich viel bauen. 33. Brauche ich gar nicht so viele. Ich brauche, auch. 29 Storage-Cell. Kann ich mir jetzt nicht ganz vertun. So. Dann können wir auch direkt eigentlich dich hier jetzt bauen, oder? Ja, aber nur eine. Ich brauche nur eine Pattern-Provider. Später vielleicht noch eine zweite. Aber eine sollte erst mal reichen. Vor allem, weil sie ja auch nicht ganz billig ist. Dann brauche ich ein Contour. Hab ich den in meiner Liste jetzt schon? Ne, ich habe erst mal Crafting-CPUs. Ich weiß nicht ganz, was das sind, aber damit füllt man deinen Rechner quasi. Davon brauchen wir sieben Stück. Nicht neun. Nicht neun. Sieben. So. Dann... ...den Pattern-Encoder. ...einen. Hey. Dann... ...eine Drive. Warum kann ich die nicht bauen? Was fehlt mir? Glas. Ne Chest braucht man da. Ich dachte... Oh. Oh. Gut. Da habe ich mich dann, äh, verdipselt. Ich brauche da keinen Crafting-Table. Ich brauche da eine Chest. Und hier kann ich mir keinen normalen Chest verlangen können. Ich hoffe, dass ich mich nochmal irgendwo... ...verguckt habe. Ja, wäre ja auch zu schön, wenn alles... ...auf Anhieb richtig gewesen, ne? Ne? So. Gehen wir mal wieder runter. So. Ähm. Wo war mal? Die Drive. So. So. Eine Drive. Ähm. Dann einen Controller. Jetzt kommen wir zu dem guten Stück. Das kann man nämlich nicht machen, weil wir brauchen... ...vier... ...und... ...vier... ...und... ...vier... ...und... Fluix-Crystal. Und das sind auch die einzigen vier, die ich... ...ich glaub jemals brauche. Das andere, was man aus dem Zeug machen kann... ...irgendwie Fluix-Perl kann ich gar nichts mehr anfangen. ...Energy-Cell... ...vielleicht für so ein Wireless-Excess-Terminal... ...mal irgendwie, aber ich habe keine Ahnung wie das funktioniert. Aber sonst brauche ich den nicht. So. Controller, genau. Zack. Dann... ...einen Crafting-Monitor hätte ich gerne auch noch. Das ist... ...nicht der Terminal. Es gibt den Storage-Monitor... ...und den Crafting-Monitor. Also... ...den hätte ich aber gerne. Weil dann sieht man, was... ...gebaut wird quasi. Einen. So. Und... ...wie auch gerade eben schon... ...den Crafting-Terminal. Dazu brauchen wir aber erstmal den Access-Terminal. Und jetzt der Crafting-Terminal. Das ist quasi einfach nur ein abgegradeter Access-Terminal, in der man auch craften kann. So. Das wäre jetzt schon mal das einfachste gewesen, glaube ich. Sehr cool, wenn ich noch wissen würde, was ich wieviel habe. Also... ...dann... 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 ...äh... ...mach ich mal jetzt noch die 64k-Zelle. Tack. 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 Das da kann ich bauen. Siebenmal... Was? Warum nur siebenmal? Habe ich mich irgendwie verrechnet? Habe ich mich irgendwie verrechnet? Glas habe ich... Ich habe keinen Basic-Prozessor mehr. Hm. Habe ich irgendwas gebaut was ich sonst nicht bauen? Ich brauche neun Stück. So, drei, vier, sechs, sieben, acht. Okay. Von denen her würde es reichen. Vom Glas her auch. Sind die da noch drin? Nö. Och, Mann. Ähm. Gold, Redstone, Silikon. Zwei waren es, ne? Ja. So, dann nochmal zwei Gold holen. Und ein Redstone. Weiß nicht warum ich... Hä? Die Datei stimmt aber. Ja, nicht über den blauen Block. Ohne, das ist ein Bug-Block. Also, wenn man Raw Aluminium zusammensetzt, kommt der Block auf Solid Ender raus. Und aus dem kann es nichts mehr bauen. Außer halt. Ich glaube gar nichts. Gucken wir mal kurz. Solid... Ja, das ist halt der Falsche. Äh, Raw Aluminium. Da kriegt man den halt raus. Und mit dem ich versuche gerade drauf zu klicken, kann man eben nichts machen. Also, wie kommt aus dem Block auf Aluminium? Kriegt man eben das Raw Aluminium? Und wenn man es hier zurückbauen will, dann, 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 ähm. War Pech gehabt. Und das Silikon noch. Oh. Die Smooth Style. Oh, natürlich. Hm. Verstehe ich aber echt nicht. Also, es ist so auf jeden Fall viel billiger, finde ich, als dass man ein Assembly Table macht und sich die Lasern lässt, die Dinger. Äh. Ja. Finde ich viel besser. So, jetzt gehen wir wieder in die die Karte Zelle. Jetzt Promote Star. Drei Stück. Perfekt. So, jetzt ist es da. Zack. Und jetzt können wir das Fertige bauen. Nicht wirklich, ne? Jetzt fehlen die drei Redstone. Also. Drei Redstone, drei Eisen. Wie war das? Ich kann mich nicht erinnern. Ah, unten. Okay. Zwei Glas. Und drei Redstone. Ich will doch mehr Redstone mitnehmen. Ich hab's doch. Ich brauch nur Iron, Clothstone, Glas und Zertusquartz. Zertusquartz. Glas, Clothstone, Iron. Alles da. Gut. Also, Rest hat von der Rechnung irgendwie gepasst. Weiß nicht, warum. da was gefehlt hat. So. Das wär auch schon alles. Ich baue jetzt noch eine Blank Pattern. Davon baue ich mehr. Aber ich baue jetzt einfach nur mal noch eine. Um zu zeigen, wie sie geht. Pattern. Da sind sie. So. Und der Rest, wie gesagt, habe ich eben mit diesem schönen Gerät mich selbst verarscht. muss förmlich auch so sagen. Und das ist auch noch falsch. So. Nehme ich die Sachen aus der Kiste auch noch mit. Und die? Ich weiß noch nicht, ob ich sie hier unten irgendwo hinbaue. Du kannst eigentlich jetzt auch mal ausführen. Ob ich sie hier unten irgendwo hinbaue, bin ich eigentlich nicht so der Fan von. Weil, das ist eben nicht groß. Es ist hier die beiden und das und das hier. Also quasi diese vier ergebenen vier mal vier mal vier Würfel. Die muss man mit einem Kabel mit den anderen Geräten, mit denen hier findet, verbinden. Beziehungsweise mit den vier. Die Pattern-Encoder ist ein bisschen was anderes. Das könnte ich nachher mal zeigen. Ich weiß nur. Ne, ich zeig's nicht. Das mache ich in einem anderen Video. Und, äh, also mit dem Kabel die Dinger da verbinden. Die Blank-Pattern gehört in den Pattern-Encoder. Wahrscheinlich mache ich den ganzen Stack oder so. Ähm, die 64-K-Zelle gehört in die Drive. Und dann sieht man am Controller quasi, äh, der braucht Strom. Also, ganz normal EU. Mit Kupferkabel oder Glasfaserkabel oder was ihr halt zur Verfügung habt, verbinden. Und, wenn man dann was in der ME-Drive eben drin hat, zum Beispiel eine 64-K-Storage oder eine kleinere, aber die ist jetzt nicht so teuer, also das ist schon das teuerste eigentlich, was es so gibt, aber bevor man hier eine 16-K-Zelle macht und am Ende zu wenig Speicher hat, macht man eine 64-K, passt schon. Jo, an dem Crafting-Terminal sieht man dann seine ganzen Items und was man bauen kann und an der Crafting-Monitor sieht man quasi, was er noch zum Bauen braucht. Das ist so die Grundlage quasi für ein ME-System. Im nächsten Part, habe ich mich dann entschieden, ob ich das in ein anderes Haus mache oder ob ich hier irgendeinen Stockwerk ran mache oder eigentlich auch doof oder einen Nebenraum oder irgendwas. Jo, und werde das dann da reinbauen oder so. Das war's auch schon. Bis zum nächsten Mal, wenn's wieder heißt Minekraft Tire Wolf 20 vielleicht bin ich da nicht allein. Vielleicht bin ich ja wieder allein. Wink. Vielen Dank.